Hallo Kinder! Willkommen zu Andis und Lelis Kinderkanal! Heute haben wir Bunjams. Es ist ab vier Jahren geeignet von Spin Master. Und von diesen kleinen Dingern gibt es 400 Stück. Von jedem Farben 50, außer den weißen. Gibt es nur 20 Stück? Ja. Hier, diese Figuren. Was man bauen kann. Hier auf der Rückseite ist ein Roboter, eine Schlange und so andere Figuren und ein Vogel. Gib mal kurz. Und hier gibt es noch so Sachen, dass man da dran machen kann. Zum Beispiel hier die Augen oder dieses Mundhut. Sollen wir auch machen? Ja, okay. Hier oben, muss man auch sehen. Da drüben. Hier. Falte. Oh. Komm. Das muss man sehen. Wow. Hier sind die ganzen Sachen. Ich habe nicht gedacht, dass sie jetzt so groß sind. Oh, mein Gott. Hier sind aber die ganzen 400. Nee, hier sind auch Tölbchen. Oh. Cool. Schon was gebaut. Okay. Schild. Mach mal das da ab. Oh, wir brauchen eine Schäden. Bruder. Ja, haben wir es. So, ich tue mal alle rein. Aber wie wird es denn? Aber wie wird es denn? Oh, cool. Sollten wir jetzt was bauen oder gucken? Ah. Zeig mal zu der Kamera. Hier steht, wie man das bauen kann. So. Sollten wir es bauen jetzt? Ah, ich glaube, das ist ein Frosch. Komm, wir bauen jetzt was. Hey, guck mal, ein Regenbogen. Ich habe jetzt den Kopf von der Schlange. Ist das das hier? Ja. Ach so, ich dachte, das wäre ein Frosch. Nein. Ich und ich mache hier so einen Regenbogen. Warte, wo ist der? Hier. Du machst aber auch die Sterne, oder? Die Sterne? Warte, wo ist die Sterne? Ja. Ja. Versuche ich. Jetzt baue ich weiter. Hier, ich zeige euch jetzt noch, wie das drangeht. Hier sind ja so welche dunkelblauen Punkte. Da muss man es immer so reinstecken und dann kleben. Zeig mal. Ah, jetzt weiß ich, was ich mache. Jetzt weiß ich noch, wie das geht. Patsch mal. Ach so, wo brauche ich? So, ich habe jetzt die roten genommen. Eine Reihe brauche ich nur. So, ich mache jetzt meine Zunge. Aber das geht ein bisschen schwer. So, wo hast du? Gibt es hier denn keine drin? Nein. Das muss man selber machen, oder? Nicht? Hm? Nein. So, das muss man selber machen. Okay. Also, meine Schlange sieht so aus. Ist jetzt nicht so perfekt, wie auf der Welt. Aber ich habe es versucht. Hat eigentlich schon geklappt. Und hier ist mein Regenbogen. Hier das Weiße ist eine Wolke. Und das Gelbe ist eine Sonne. Die Sonne hat eine Brille an. Sonnenbrille. Sieht wohl süß aus. Das ist hier der Hut. Das ist echt cool. Ja, daraus kann man wirklich alles machen und bauen. Man kann ja auch was machen, wo man nicht auf dem Bild gucken muss. Zum Beispiel eine Blume. Oder so. Also abonniert uns. Macht einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.